Herzlich Willkommen zu Jungen Takt. Hi. Ja, wir haben wieder drei Tage lang gehackt. Die Jugendlichen haben sich tolle Projekte ausgedacht. Die erste Gruppe steht auch schon bereit, deswegen halten wir es auch relativ kurz. Falls nicht mehr alle wissen, was es hier eigentlich ist. Ein gemeinnütziges deutschlandweites Förderprogramm für programmiergebereisterte Menschen. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, insbesondere Mädchen. Es ermutigt junge Talente, die Welt mit Code zu verbessern. Und beteiligt sich aktiv an der digitalen Alphabetisierung der nächsten Generation. Wir haben, um das Ganze möglich machen zu können, ein paar Geldgeber, ein paar Sponsoren, ein paar Veranstaltungspartner. Die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW übernimmt als regionaler Partner der Open Knowledge Foundation Deutschland und der Bildungsagentur Mediale Pfade die Organisation der Veranstaltung. Gefördert wird Jugendtag Köln von der Stadt Köln, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, der Codecentric AG und Veranstaltungspartners aus dem Grimme-Institut. Besonderen Dank gilt dem Cameo-Laser, die uns jedes Jahr oder jetzt zum zweiten Mal schon wieder diesen tollen Laser-Cutter zur Verfügung stellen. Wir haben auch Vertreter vom Ministerium und von der Stadt da. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und besonderer Dank gehört vor allen Dingen den Mentorinnen und Mentoren, die das immer ehrenamtlich machen und lediglich von uns sowas wie ein paar Getränke und die Unterkunft gesponsert bekommen und ein paar T-Shirts. Und das sind in diesem Jahr Anna, Arne, Björn, Benjamin, Claudia, Daniel, Davids haben wir drei Stück, David F., David S., David W., Dominik, Felix, Guido, Joachim, Johannes, Karl, Madeleine, Marcel, Martin, Michael, Peter, Sebastian, Wolfram und Marco. Für die einen herzlichen Applaus. Und natürlich auch die Organisation, ohne die das alles nicht laufen würde. Das ist Chris, Daniel, Denise, ich, Linda, Lisa, Malou, Markus, Karo und Karo, 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 Karo K. Vielen Dank auch in die. Und dann gab es ja auch noch, außer dem großen Hauptevent mit über 70 Jugendlichen, gab es noch eine kleinere Veranstaltung. Genau, wir haben diesmal zum ersten Mal auch von unserem neuen, nagelneuen Einsteigerprogramm Hello World, ein Workshop, hier parallel veranstaltet. Und von dem sind auch ein paar Teilnehmerinnen noch hier und auch Mentorinnen, die mitgeholfen haben. Also auch vielen Dank daran, damit es bald auch Nachwuchs gibt für die großen Jugend-Hakt-Events. Danke. Ja, einen Applaus. Vielen Dank.